Ach, damals. So, war mein Mitbonus-Übungs-Weck. Wenn ich heute Morgen etwas unsanft geweckt habe, das tut mir voll leid, das war null Absicht. Ich gehe halt aus meiner Tür raus, greife meine Türklinge, mache sie die Tür auf und bam, die Türklinge fällt drunter. Und ich so, okay, fuck. Greife nach der Türklinge auf den Boden, rampel übelst laut an den Tisch daneben. Und ich so, okay. Alles, so, geht noch weiter. Ich muss die Türklinge mal festlegen, also ich muss Schraubenzieher. Wobei ich drei Stück, wovon ich erstmal einfallen lasse, das bin ich so, alter. Doch, ist das passiert? Da geht ein Laufentüchner, rollt sofort wieder runter. Dachte ich mir so, frag, wie kann das passieren? So schlecht bist du doch nicht. Ja, und dann stand in der Tür und alles zu packen, gefragt, ob alles okay ist. Es ist, ich könnte es nicht so an, als hätte ich einen ganzen Ranken mitgenommen. Wahrscheinlich. Nein, aber eigentlich sind nur die Türklinge mir abgefallen. Das hätte offen gar nicht passieren dürfen. Ja, das war's.